Es gibt keine Neutralität, entweder für oder gegen uns. Ich bin überhaupt nicht neutral. Also gut. Dann werden Sie für uns arbeiten. Ab jetzt. Was kann ich tun als Lehrer? Sogar Lehrer können ab und zu mal nützlich sein. Wenn man Sie nicht gerade als Bombenleger oder Brückensprenger einsetzt. Sie könnten zum Beispiel Zeitungen verteilen. Wir können gleich morgen... Ja, Sie überfahren Ihnen. Monsieur Pardier, überlegen Sie sich's gut. Niemand zwingt Sie, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich möchte es aber. Wirklich? Wirklich. Ich danke Ihnen, mein Freund. Aber Pleo? Sie sollten ihn nicht mehr besuchen. Aber nein, im Gegenteil. Er soll ihn besuchen. Was glauben Sie, was er bei ihm alles an Informationen für uns rausholen kann? Wenn er sich halbwegs geschickt anstellt. Sie wollen doch nicht von mir verlangen, dass Sie bei Pleo herumspionieren... Na und? Sie haben wohl keine Ahnung, wie wichtig der Mann für uns ist. Freund des Kommandanten Müller. Freund von Berthois, des Chefs der Miliz. Stellt jungen Burschen, die nicht zum Arbeitsdienst wollen, keine Atteste aus. Die Folge? Man verschleppt sie nach Deutschland. Mein lieber Freund. Nach begrüßen Sie dort weiter. Los geht's. Okay.